1, 2, 3, Rats! Moines! Er klingt immer für Freunde. Oh, schön! Merlo! 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 Sprich, Freund, Helder, lokalisiert! Geil, ist heute nur in diesem Raum. Ein Hoch auf die Abwechslung. Genau. Nur in diesem Raum. Die haben eine Fensterfrau. Zehn Sekunden bis zum Einsatz. Noch fünf Sekunden. Weiter zum Geo-Gefahrgutbehälter und diesen sichern. Die haben da ordentlich Frostfaule gelegt. Ich wechsle schnell Magazine! Ich bin zwar eigentlich kein Amerikaner. Aber manchmal spreche ich trotzdem so. Manchmal muss man da machen. Das ist so... So kreis. Da hat's gerubst. Da hat's gerubst! Da hat's gerubst! Ich höre viel Bewegung! Wo? Krass, Alter! Fensterfrau war da! Da ist Flusterfrau! Da ist noch eine Person oben auf die Treppe! Wo ist denn der Mensch? Geben wir den... Geben wir den Mensch! Und der Mensch! Halt Mensch! Und da ist der Mensch! Er macht mich kaputt! Danke, wer mich da auch immer gerettet hat! Geil ist das jetzt! Bitte, ich habe gerettet! Nice face! Ich habe gerettet! Was? Du hast gestoppt! Warte! Ich hab's gestoppt! Warte! Ich hab'' die Karte! Ich hab' die Karte! Lass' den Kackner! Ich droht! Nein! Ich gehör'n! Ich hab' die Karte! Ja, geworben! Gewehrletempat! Gewehrletempat! Du wecker! Verogen sie jetzt! Alter! Oh Alter! Oh! Oh! Das ist ein Kroem! Kompress ist ein Kroem! Hahaha! Keino, Mann! Ist auch ein Kroem! Ah! Das war doch mal gewesen. Ich hab auch nicht geflossen! Ich muss nicht mehr an mich auf das Bef, Mann. Ich muss gestehen, ich wollte eigentlich beim Breach über die, über diese Barrikade euch alle zwei wegfallen.